Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Gleiches Ablaufbesprechung für FAN-TV. Danach geht es zur Siegerwurst mit dem Senfo-Rakel. Da seid ihr übrigens auch bei. Dann geht es so langsam auf den Rasen. FAN-TV beginnt und natürlich unser beliebtes NET-Radio während des Spiels. Bis 500.000 Leute hören dazu und ich kann hoffentlich von einem Sieg berichten. Dankeschön. Ich glaube, der Vater ist da. Nobby. Hallo. In der ersten Halbzeit, nach der Aufstellung. In der Halbzeitpause haben wir ein Bildprogramm von der SPOE-Parten. Wir haben die Grafik auch auf Französisch und wenn ich das richtig verstanden habe, sagt erst Nobby auf Deutsch was und dann wird der Interpretator, der oben sitzt, auf Französisch dazu was sagen. Dann hätten wir noch den Zone-Trailer. Ihr habt gesagt, der steht jetzt noch mit 30 Sekunden drin, der ist durch 55. Ja. Schalt haben wir. Also, lass mal nächstes haben wir den nächsten Mal. Brauchst du dich? 20. Bitte. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja. So Nobby, jetzt musst du uns erklären, in welche Tradition wir hier reingeraten sind. Ja, wir essen seit, weiß ich nicht, seit 15 Jahren die Siegerwurst. Wir gehen immer an diesem Stand, essen die Wurst, machen Sents drauf und ab und zu lecker machen. Wenn wir ein bisschen wissen, wenn der Centro-Wagel entscheidet, dann letztendlich wieder das Spiel ausgehen. Wir werden es nicht ernsthaft sagen. Und was sehen wir da jetzt heute? Heute sieht es gut aus. Also es sind keine roten Flecken vom Ketchup da, vier große von uns. Scheint eine klare Sache zu sein. Und Pea hat auch noch nicht fertig gekissen. Vielleicht schießt er ja noch ein Tor heute. Du kannst das Ergebnis jetzt noch beeinflussen, Pea. Mach es! Danke! Ja! Tja! Haha! Es ist, ich komme. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. 10.8. Choupé. Das war's. Ein bisschen, ein bisschen wie hier. Was war's, Mario? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Mit der 70er Erling, mit der 23 Torgang, mit der 26 Lukas, mit der 27 Semmel, mit der 28 Schaxel. Mit der 70er Erling, mit der 28 Schaxel. Mit der 70er Erling, mit der 28 Schaxel. Mit der 60er Erling, mit der 29 Schaxel. Mit der 60er Erling, mit der 29 Schaxel. Jetzt muss er sein. Achtung, ich bin richtig, ich bin ohne Grundzeit für heute. Anni! 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 An Die Verhältnisse auswärts auch verbessern und das werden wir auch machen. Wir haben eine gute Leistung gebracht. Wir haben auch sehr engagiert gespielt. Wir waren bei der Balleroberung auch gut. Wir haben mit viel Geduld verteidigt. Und wir haben, wie gesagt, in der Heißsaalzeit schon mehrere Totschanzen gehabt. Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für die Teilnahme an der Pressekonferenz und wünschen Ihnen allen einen guten Nachhauseweg, insbesondere den Gästen aus Paris. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen nochmal.